Mit Mühsal sollst du dich von dem Acker nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Du warst unser Halt und gabst uns alles, was wir zum Leben brauchten. Jede Minute zerstört unser Umgang mit Ressourcen weltweit einer Fläche von 30 Fußballfeldern an lebensnotwendigem Boden. Du verbrauchst mehr, als du denkst.